Wir brauchen Stimmung, wir wollen die Hände oben sehen, spürt ihr den Rhythmus, lässt den Moment für immer stehen. Wir brauchen Stimmung, ne Menge Lärm und grelles Licht und eine Sprache, die jeder von uns spricht. So, jetzt geht's weiter. So, Erdmann macht die Ansage. Ah, jetzt kann ich mal einen eigenen benutzen, ist ja geil. Wie, du hast einen eigenen, du spinnst wohl. Ich hab keinen eigenen, ich hab kein Geld dafür. Das ist nur dein Kleingeld, so muss das. Ja, ist klar, die Heck hat wieder hier, weißt du? Mit Bodenbeleuchtung. Ja. Das hab ich leider nicht. Party, people! So, meiner ist ganz vorne mit der Bodenbeleuchtung. Und wer ist der ganz hinten mit Bodenbeleuchtung? Das ist Erdmann. Nein, ich hab kein Bootbeleuchtung. Ja, der Erdmann ist mit dabei, der Playverfahren, unser alias Proge, immer cool, der ist wieder am Start. Oh, 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 was ist das? Und euer Frülli, hab ich noch einen vergessen? Oh, hallo. Hey, 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 hey. Ah, Hubert. Hey, der dreht mich da jetzt schon wieder. Ja, das war schon wieder der Programmer, ey. Ja, der macht immer so was. Genau, der Programmer war es. Der Playverfahren ist ein ganz lieber. Kann man einer den nächsten Lichtern machen in den Rennen? Ich krieg den mir Angst in so einer dunklen Röhre. Ja, er stellt euch deinen eigenen Rennen mal. Nein, die werde ich nicht machen. Die werde ich nicht machen. Nicht so. Diese super Rennen hier für Special Fahrzeuge werde ich nicht bauen. Nein. Doch, ich kann es, aber ich werde es nicht machen. Meine Rennen sind schöner und besser und hau ab. Ah, guck mal, der Hacker hier wieder. Ja, ich bin auf dem dritten Satz und gewinne. Guck ihn dir an, guck ihn dir an, guck ihn dir an, hier. Mit seinem, mit seinem hier Rapid Controller hier. Mit seinem SCUF Controller. Hat einen ganz normalen Standard. Ja, ja, es geht auch, bitte. Ich auch. Oh, 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 ich drehe mich, ich drehe mich. Oh, ich, oh Mann, ich auch. Was ist passiert? Warum fährst du mir denn in der Karre? Und merkt man unser Schicht? Ja. Wendler. Oh, hi. Das steigt mich hier, die alte Ferkel. Und wieder eine Oberaffen-geile Fahrt. Einfach wahnsinnig. So, alles rein. Oh, oh. Oh, oh. Ganz weit da unten unter mir weggehen. Hey. Ha, 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 geil. Was macht ihr da vorne? Ich werde mich hier bestiegen, der Wendler. Alles klar. Ich wollte auch mal oben sein. Ich wollte gerade schon den Fallschirm zünden, aber alles gut. Das Ding dreht sich aber auch echt heftig, Mann. Ja, wenn er einmal anfängt. Ja, hast du recht. Das ist aber eine komische Strecke hier, ey. Nein, nein. Jetzt bin ich drüber gehört. Ist er dritte oder vierte Runde schon? Keine Ahnung mehr. Oh, die Kuwait hat die überholt. Der traut sich mal. Die Kuwait, warte mal. Ja, heute mal mit einer anderen Truppe unterwegs hier. Mit einer seltenen Truppe. Ja, mit einer sehr seltenen Truppe. Aber heute sind sie da. Also haben wir gesagt, wir fahren mal zwei Rennen heute. Ja, so viel Zeit muss sein. Das ging jetzt ganz schön tief nach unten. Lieber nicht. Aber wenn, dann macht die Sauerei weg. Wow. Es geht runter. War mir schon. Keine Ahnung mehr. Mann, warum müssen sie so scheiße landen hier? Weiß ich nicht. Das ist, was du machst. Ah, Mensch. DJ, die Röhre, ab geht's. Volle Möhre durch die Röhre. Letzte Runde, Baby. Volle Möhre. Wir setzen an zu einem Spur. Letzte Runde. Da liegt gar kein Ende hier. Ja, fahr die Wand doch noch höher. Alter. Wow. Die war echt froh. Ja, genau. Mitten in der scheiß Röhre bleib ich hängen. Genau. Hier war ich doch schon. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Bist du im Kreis gefahren, Wenzler? Ich habe keine Ahnung. Zumindest sehe ich noch Checkpoints vor mir. Was ich sowieso nicht verstehe, warum ist das ein Ruin? Ich habe nicht einmal den Fallschirm gebraucht hier. Ja gut, hier jumpen. In Ordnung. Einmal den Nightwider-Boost jetzt hinten. Aber das soll alles sein, oder was? Wofür habe ich denn den Fallschirm, wenn ich den nicht benutzen darf? Ich will doch Auto fliegen, Mann. Hä? Ich habe noch keinen Fallschirm gebraucht hier. Irgendwas hat Voxai hier falsch gemacht. Oh, was ist das denn? Erdmann, so schlimm ist das Rennen auch nicht. Wow! Ich habe ja fast vergessen zu springen hier, Alter. Und jetzt noch Alba mit Schwung. Und auf geht's, Baby! Oh, nee, jetzt dreht er sich weg. Warum dreht er sich denn weg? Von hinten kommt schon wieder dieser Platz 1, Geier. Aber hey, Wenzler, du musst doch wissen, wenn du im Flug bist, den Fallschirm zünden und dann wieder gleich X drücken, dann kommst du schneller vorwärts. Bring schon was. Habe ich schon. Habe ich schon, habe ich schon. Weil der Bulli nicht kriecht, riecht er sich auf, weißt du? Ja. Ja. Wenn er nicht fahren kann, macht er wieder andere dafür verantwortlich. Jawohl. Aber am meisten immer ein Wenzler. Den kenne ich nicht. So. Den hole ich mir jetzt in Brülli. Ja. Ja, Henni, sag doch mal Brülli. Henni, sag doch mal Brülli. Henni, weiß doch mal gegen, wie er fährt. Hol mich doch, hol mich doch. Gegen die Müllbrücke, genau. Das ist eh die letzte Runde gewesen. Wer ist das? Wow. Und auf geht's, baby. Wuhu. Ich fliege jetzt rein. Wir machen noch eine dritte Runde. Sowieso. Was? Alle guten Dinge sind drei. Machen wir bis 0 Uhr komplett, dann haben wir alle. Nicht wieder rausspringen, du da, mit den Gipsballen. Nicht wieder. Das hat er doch getan. Hey, hey, hey. Was hält der denn da? Der nimmt das Stunt, das nimmt der aber wirklich, wirklich. Woher? 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 Das macht der Fischi auch immer. Was? Was macht der Fischi immer? Wenn er weiß, er kommt nicht mehr ins Ziel, dann fliegt er immer so ein bisschen durch die Gegend rum. Da habe ich ihn schon gefragt, ob er in Urlaub ist. Ja, guckst du, ne? Bin da, seid ihr verloren. Verdient gewonnen, die schnellste Runde. Jawohl, so, in diesem Sinne, Party People, mal wieder Dankeschön fürs Zusehen oder auch nicht, fürs Liken oder auch nicht. Auf Brünnigsehen. Bis morgen. Ja, guckst du, ne? 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 Untertitelung des ZDF, 2020